Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe jetzt Regnum über Steam gestartet, viel schöne Grafik und so. Und ja, ich habe Hello gefunden. Greifen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn schaffe. Ja, das ist einer, den man nicht schafft. Ja, also die Käse müssen wir aufheben. Hm. Shit, der macht 250 schon. Ich will ab den Weihnachtsbaum noch. Okay, dachte es mir schon, weil es ein Anführer ist. Sonst wäre kein Anführerzeichen da. Ja, wo ist jetzt der Weihnachtsbaum? Ist der... So eine Freche. Das ist aber eine Freche. Ah, da ist der... Der spawnt so spät. Dachte schon. Kann doch nicht einfach die spawnen. Ja, ich habe die Santa Maske. Yeah. Jawohl. Ah, das müssen wir zuerst aktivieren. So. Hehe. Ich habe die Santa Maske. Die ist besser als der Hut, finde ich. Okay, ist niemand im Clown online. So. Was müssen wir hier noch machen? Nach Montsegner müssen wir. Und zu den Ruinen. Gehen wir unten durch, durch die Ruinen. Nach Montsegner. Okay. Ich helfe dir kurz mal, wenn sie fast mein Leben verlieren. Okay. So. 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 Hello, Land. So. Hello, Land. So. So. Schöne Meer. Leider ein bisschen flach. Sieht so aus wie eine weisse Wand. Ohne Texturen. Oder auch graue Wand. Die Grafik ist schon ein bisschen schöner geworden. Steam hat alle Grafikoptionen aktiviert. Ich konnte beim Redmond Client gar nicht alle Grafikeinstellungen ändern und so. Und hier bei Steam ging es. Zum spiel Ambient Occlusion ist an. Das ist so der Schimmer und Unschärf ein bisschen. Da habe ich irgendwie so etwas. Vor allem ist das jetzt an. So ein bisschen weichere Texturen überall. Sieht mehr nach 3D jetzt aus. Durch die veränderten Texturen. So, wir müssen hier oben durch. So, da. Und wieder hoch. Und dieses Dwegerdunruinen. Okay. Und hier müssen wir. Gamm. Müssen wir gehen. Okay, der ist da. Schön. Ein bisschen laufen. Auch wenn es langsam ist. So ein bisschen eine Frechheit. Dass wir nicht reiten können, wenn wir kein Geld ausgeben. Aber was soll man machen? Die brauchen auch Geld und die sind so arm dran. Ein Magnet-Liedstück. Ja. Heute habe ich Diablo 3 Reboot of the Souls Let's Play angefangen. Und schon 4 oder 3 Parts habe ich auch gerade. Bis nach dem Skelett König. Und das ist ein recht gutes Spiel. Ich habe schon bei der Family Friends Beta ein bisschen anspielen können. Aber leider war die dann zu Ende. Als ich eingeladen wurde. Ja. Ich weiß nicht, wieso es sich eingeladen wurde. Es war eine von 3.000. Die eingeladen wurden. Und ja. Jetzt ist Closed Beta. Ihr müsst eigentlich nur Diablo 3 haben. Und dann im Battle.net das Hacken bei Beta einladen. Bei Beta Teilnahme anklicken. Und dann könnt ihr eigentlich schon spielen. Ihr müsst da nicht auf ein Bestätigungs-Mail oder so warten. Und dann Battle.net Klienten runterladen. Und über den Klienten dann starten. PRP Beta auswählen. Dann könnt ihr spielen. Ist ganz leicht. Ja. Ich müsste leider noch ein bisschen runterladen. Ist richtig gross. Ich hatte ungefähr 2 Stunden gebraucht bis es runtergeladen war. Aber es ist richtig genial das Spiel. Also das Start-On zum Spiel. Es droppen viel mehr bessere items. Auch wenn ich noch kein Unique gefunden habe. Ich habe ja auch erst einen Level 14 Babar. Den Level 13 Witch Doctorin. Und den Zauberer, den ich beim Let's Play gemacht habe. Der ist Level 10 oder 9. Oder 11 sogar. Ja. So. Irgendwo ist der Eier. Der Gang nach oben. So. Und hier muss ich noch mal ein Zug nehmen. Okay. Bisschen Grafikfehler. Aber das macht nichts. So. So. Ne. Ja. Bis ich sterbe. Bis ich sterbe. Aber ich hoffe ich sterbe erst in 100 Jahren. Oder noch mehr. Auch wenn ich schwer krank bin. Ich muss doch gamen. Es gibt so viele gute Spiele, die ich spielen will und euch jetzt spielen will. Und dann noch Livestream. Und dann noch Livestream. Und dann noch mehr. Okay. Schauen wir mal. Mondzugne. Kann nur. Ich sag Mondzugne. So. Boah, dieser spitze Berg erinnert mich an einen anderen Berg. Genau der da. Das Schmatterhorn. Der da, das ist das Schmatterhorn. So, jetzt gehen wir zum Questgeber. Da gehen wir hoch. Trieber da. So. Stab? Ich will mal schauen, ob es in einen Stab geht. Nee, der hat nur alte Stäbchen. So, schauen wir mal. New Level Up. So viele Erfahrungen gegeben. Nicht schlecht. So. Der hat immer noch die Qs, ja. Dann müssen wir hier mit zwei Reden. Irgendwo hier. Einer ist wahrscheinlich oben. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr. Ich habe noch keine neue Quest. Wieder hoch. So. Oh je, diese Laufquests. Runischer Ring. Ja, ich habe ein paar Laufquests gemacht, damit das im Let's Play nicht zeigen muss. Ist schon ein bisschen schlimm. So, schauen wir mal, ob wir noch eine Quest hier haben. Ja, sind zwei noch. Aber zuerst gehen wir mal zum Hexenmeister. Tränen. Ja, Getriebegift. Also hier ist der Hexenmeister. Da. Kommt schon. Ich will schauen, wo es neue Sachen gibt. Also man könnte jetzt die Eisverherrlichung skillen. Alles mache ich jetzt noch nicht. Lebenskraft absorbieren. Ah, das ist der Scale Passive. Blutzeichen könnte ich auch nehmen. Elmthal Entlarvung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist aber cool für später. Magma Explosionen. Magma Explosionen. Ah, keine Hingabe. Dann nehme ich das. Kann ich das? Kann ich das? Aber ich kann es killen. Äh. Geheimnis. Geheimnis. Mach ich hier noch. Und hier. Kann ich nicht. Sehen ist das. Efei. Dann mache ich das weg. Dann mache ich das weg. Mach hier. Efei. So. Dann das Efei. Äh. Hier. Mach ich dann hier rein. Feierverherrlichung. Hier. hin, wir können hier hin, wir können hier hin, wir können hier hin, wir können hier hin, und in der GBA hier hin. Also. So. Hier kann ich das abgeben. Was muss ich machen? Ah, hab ich hier gesehen. So, und wieso sind die blau? Ist das ein Event-Quest? Also hoch gehen wir dann später.